Das könnte genau mein Ding sein. Auch Hufflepuffs lüften gerne mal ein Geheimnis. Schön, dass Sie sich der Herausforderung stellen. Ich glaube, dass auch Sie davon profitieren werden. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war Ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in Ihrem Haus im nahegelegenen Upper Huxfield. Soll ich Ihr sagen, dass Sie kommen? Bitte gerne. Ähm... Ja. Wer hat das schon? Bei Askaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.